Zwei gute asiatische Mannschaften, also Südkorea und Japan, nicht gegen unsere Mannschaft gewinnen können. Das heißt, die Entwicklung im Thai-Fußball ist besser geworden in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, dass die vielen Gespräche, auch die vielen Artikel, die immer erscheinen und immer wieder über Fußball gesprochen wird, dass das dem Fußball geholfen hat. Dass man sich Gedanken gemacht hat. Diese Spiele in der Champions League sind gut für die Nationalmannschaft. Und die Spiele der Nationalmannschaft sind gut für die Entwicklung der Spieler für die Liga, für die Champions League. Wenn man weiß, dass wir so viele Länderspiele im Dezember hatten, dass die Spieler sich entwickelt haben, dass sie raus aus ihrem Land kamen und haben gegen starke Mannschaften gespielt, gegen andere Schiedsrichter, die anders pfeifen. Und das ist sehr wichtig. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Und da bin ich sehr froh drum und ich hoffe, dass die Entwicklung so weitergeht. Vor Sie haben, wir wieder überprüft werden, wenn sie gerne überprüft werden müssen. Und das COP26, wenn du seit diesem Programm Respons